Es gibt noch keine Menschen. Komm, wir werden uns gegen uns! leute ich würde einfach sagen ich versuche das video so kurz wie möglich zu halten wir gehen jetzt einfach mal rein ich werde jetzt einfach mal das gameplay einblenden schauen wir es mal an das sieht auf jeden fall heftig aus krass auf jeden fall sehr sehr krass also die reichweite alleine schon extrem sieht mir ein bisschen aus wie eine bessere version von dem bahnu zu hoch der skill 2 auch monströs wir ziehen uns das jetzt auf jeden fall noch mal rein der macht einfach den long range attack das ist einfach krass beides gilt sehen auch extrem geil aus hey ich bin so gehypt auf den unglaublich aber ich habe einfach keine stones mehr guckt euch das einfach mal an bitte unglaublich boah hankock okay das sieht jetzt auch schon mal sehr gut aus oh der skill sieht auch echt geil aus ich glaube die wird diesmal richtig richtig stark ich kann es mir vorstellen gucken muss das jetzt alles noch mal kurz an auf jeden fall schon mal so eine mid range und long range wie es ausschaut sieht auf jeden fall nicht schlecht aus leute das war es seid ihr auch so gehabt wie ich wenn ja dann schreibt es bitte in die kommentare rein würde mich auf jeden fall sehr freuen lassen aber da damit ihr nichts verpasst leute haut rein bis zum nächsten video bis zum nächsten video